und guck dir mal das an ups Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir Herrn gleich ich bin total begeistert ich kann jetzt wir haben gerade eben eine Box geöffnet ja unser also mir sind jetzt einige Gems verloren und zwar 800 800 weil es einfach nur abgestürzt ist das wären 10 Euro das wäre echt hart und wir machen jetzt eine Box auf ich mache jetzt hier eine Box auf und ich wünsche dir bitte was Gutes bitte was Gutes oh Gott ich habe sicher gemacht und jetzt hast du noch 90 Gems und es war eine Box geöffnet und es ist vorher 1600 guck mal da unten in das Ding da rein in die Mail vielleicht gehts da ich würde mal sagen wow Kongregate bitte 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 gib dir mal gleich dann ich will ich hoffe du musst gerade ein bisschen ankommen ich will der ist eine Ich Clefona ich gehe ich gehe ich will da vorne vorne da da Da! 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 Micro hoch. Toll! Geil! Ich bin total begeistert. Ich wäre auch damit. Ich habe jetzt quasi 1600 Gems ausgegeben. Für 3 Karten. Für 3 Karten. Weil das Spiel abgestürzt ist. Ja. Ich bin total begeistert. Du kannst dir nicht vorstellen, wie begeistert ich bin. Hammer begeistert. Sensationell. Juhu. Okay. Das, was die schmecken. Danke. Meine Freude ist total überschwänglich. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als so, wie es jetzt gelaufen ist. Gucken wir mal, was wir mit dem Center Roboter machen können. Oh. Oh. Sind fast alle Legis drin. 10 Prozent. So 10 Prozent. Na gut. Gut. Also, wenn es euch gefallen hat. Also, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir mal ein Like da. Schreibt mir was in die Kommentare. Ja. 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 Ja.